so eines auf jeden fall deutsch der kevin stürmt oder schätze ich mal okay auch nett keiner gibt antwort aber gehen wir hin und dahinten nee kevin ist französisch und der soren ist deutsch der mit der krone man wird kein headset haben ist kein laut der franzose hört uns aber kevin hört uns ja auch aber der sohn aber er kann nicht reden wenn er kein sohn der franzose kann reden und gleich kommen baguette baguette so 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 Sniper war ohne Adler-Auge. Ich habe auch einmal zwei Headschuss verpasst ohne Visio, das geht eigentlich, wenn man gut schätzen kann. Hier liegt es bei mir. Aber schwierig daran zu treffen. Ich habe hier eine Kugel. Wir sollten jetzt eine Kugel-Auge sehen. Ich kann jetzt auch nach der Kugel-Auge sehen. Ich habe jetzt eine Kugel-Auge gesehen. Okay. 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 Ich verstecke mich mal kurz da an der Ecke. Ich muss mal kurz... Alles klar. Okay. 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 Damn. Oh, scheiße. Okay. Jo. Ah, bist du raus? Nein, da eine Kollege von uns. Aber wir sind alle down, ja. Okay. Wir sind ja nicht weit. Direkt wegen auch schon wieder beliebt. Jetzt seid ihr da oben. Äh, pass auf, die sind da immer noch. Ich fahr drüber. Oh, shit. Wow. Und die nächste Karre perfekt. Jo. Pass. Und die nächste Karre perfekt. Jo. Pass. Das war ein bisschen Whisky hier. Aber egal. Jo. Wenn's klappt. Ding, di, di. Jawohl. Wir sind wieder weg. Jetzt gibt's Rache. Sehr gut. Bleib mal herkommen zu mir. Ich hab Spritzpacks. Moment. Ich komm hoch. Ja. Ja. Wie seid ihr denn? Danke, ich komm. Wo ist der Kollege? Ach so, die. Jo, danke. Ist irgendwo rum? Ja. Ja. Selbst bei mir. Jo. Du. Aber mit der Kette hab ich gemerkt, die Gegner kalt zu machen, das ist echt schwierig. Ja. Wenn die Gegner kalt machen. Ja, das ist besonders heftig. Mhm. Wir sind Sniper, oder? Ich hab doch Schüsse. Komm mal. Hoff Geld an. Steps bei mir. Ja. Ausgesteppt. Jawohl. Oh, da kommen seine Kollegen noch. Hm? Nein, das sind die Medaillon-Spieler von vorhin vielleicht. Werner ist raus. Sehr schön. Sehr schön. Oh. Da kommen noch zwei. Juhu. 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 Wollen wir wieder belegen gehen? Eben schnell. Ja, gehen wir schnell an den Dings. Mit dem Truck. Wollte ich schon noch einen Biegel gehen? Der Kollege sich rein pfeifen. Aber da können wir zu zweit. Geht schneller. Ja. Danke. Ja. Gerade meine Loot wiederhole. Ja. Und da liegt auch wieder der Sniper und alles. Oh. Die nächste Sniper geht richtig weg. Wir müssen das bein. Bisschen laufen. So. Gut. Hier haben wir keins. Ne. Gibt es irgendwo einen Healautomat? Ne. Wahrscheinlich nicht. Oder? Ja. 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 Ich hab jetzt auch keine Biggies. Ah. Danach können wir... Bei Amy hat mal eingeladen die Lobby aber... Ah. Ok. Schick mal gerade mal. Warte schon noch kurz. Sei zu zweit. Wir sind auch zu zweit. Ich komm dann mit dem Kollege rüber. Dann ne. Wir sind noch gerade in der Lobby. Äh. Quatsch. Im Spiel. Ja. Uh. Vorne Schüsse. Boah. Nicht diese Gegend. Alter. Ich hasse die. Ah. Da ist ein Bunker. Achso. Sehr gut. Nice. Wie geht's? Ah. Spessor. Ja. Die Medien der Nähe sind Schüsse. Jungen. Medaillenträger. Ja. Wir gehen schon in der nächsten Saison. Ja. Ich komm. Ich bin hier für alles gegen den Busch. 116 ich habe welche gesehen passt auf die snipen da das nicht kopf raus ja hier auch oh mein gott die haben alle sniper und das wird helfen wir müssen auf die so noch aufpassen habt ihr fliegeln oder so nein das ist nicht gut ich kann nachher fliegen aber die holen sich jetzt den high ground und so kein blue jemand irgendwas naja perfekt ja einer jetzt schaut ja 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 scheiße zono hat mich gekriegt aber ich kann ich komme durch und dann da oben genau hier ist bei mir einer er kommt hoch das war knapp hat er mich fast gehabt hast du gesehen alter das war eine stabile runde ja gut gehen wir lobby ja mal lobby und dann gehen wir mal ja